Endlich hab ich frei! Endlich kann ich mich erholen! Oh Gott, das hab ich nötige! Jojo, es ist Feuer und Wippelzeit! Komm, wir nehmen noch ein PTO auf! Oh yeah! Hallo bei Feuer und Filme! Ihr hört es eventuell schon, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen bitte ich meine Stimmlage zu entschuldigen und eventuelle Hustenanfälle. Aber im Großen und Ganzen wollen wir euch trotzdem eine gute Kritik heute liefern, und zwar zu dem Film Hidden Figures. Der sich ja auch seines Zeichens bei den Oscars schon breitgemacht hat. Er ist nominiert für den besten Film, mit einer großen anderen Anzahl an Filmen, mehr als sonst für gewöhnlich. Und in diesem Film geht es um mehrere afroamerikanische Frauen, die bei der NASA arbeiten als sogenannte Computer tatsächlich. Also vor der Zeit der Computerrevolution sind das Damen, die einfach sehr sehr schnell verschiedene Zahlen durchrechnen. nochmal um sicher zu gehen, dass die korrekt sind. Und deren Weg durch diese Zeit, im Zusammenhang auch mit der Computerrevolution dann tatsächlich, den verfolgt man während des Films. Dieser Film greift dann auch wichtige Themen auf, wie Rassendiskriminierung und so weiter, gerade zu der Zeit, wo der Film spielt. war es ja dann gerade afroamerikanischen Damen verboten, in gewisse Einrichtungen zu gehen oder überhaupt Credit dafür anzunehmen, dass sie so viel wichtige Arbeit tun. Der Film zettelt sich auch in diesem ganzen Race zwischen Russland und Amerika. Wer bringt den ersten Mann irgendwie auf ihren Mond? Und da haben diese drei Damen einen sehr großen Beitrag zu geleistet, der erst jetzt sozusagen immer mehr aufgedeckt wird. Die drei Damen werden gespielt von Taraji P. Hansen, Octavia Spencer und Janelle Morbi. Ganz genau. Und damit kommen wir auch, glaube ich, für mich schon zum positivsten Aspekt dieses Films. Und das sind diese drei Schauspielerinnen, die einen wirklich sehr, sehr grandiosen Job in diesem Film machen. Der Film wird hauptsächlich durch die Augen von der Figur von Taraji P. Hansen erzählt. Und der Film schafft es, mit diesen drei äußerst sympathischen Figuren und äußerst guten Darstellerinnen direkt auch in den Film zu saugen. Von Anfang an geht es los mit einer Szene, die sehr keck und witzig ist direkt. Und man ist auch dann für die gesamten zwei Stunden, die der Film, glaube ich, geht auch in diesen Film, mit diesen Figuren investiert. Aber nicht nur bei den Hauptrollen, sondern auch bei den Nebenrollen findet man hier einiges an Potenzial. Jim Parsons, Kevin Costner und Kirsten Dunst. Genau. Die alle spielen auch gut und machen eine gute Figur in ihren Rollen. Es gibt natürlich auch einige Szenen, in denen man einfach mitgegriffen wird. Das sind dann Szenen, die es auch drauf anlegen. Die sind dann etwas pathetisch, aber durchaus auch in Ordnung. Also angemessen dem, was da passiert. Hidden Figures kam, und das hat mich ein bisschen überrascht, erstaunlich locker daher. Erstaunlich flippig inszeniert in der Form. Sehr lustig, mit sehr, sehr viel Humor. Gerade ein Film, der so ein Thema wie Rassendiskriminierung tackle, die kommen ja, gerade wenn es in der Oscar Season ist, sehr, sehr ernst auf der her. Was natürlich dem Thema auch angemessen ist. Aber Hidden Figures ist erstaunlich leichtfüßig und bindet diesen ganzen Diskriminierungsauspekt auch gar nicht so fixiert in den Film ein. Sonst ist es einfach ein Teil dieser Welt. Mir persönlich war es tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ich finde den Ansatz irgendwie interessant, es leichtfüßiger zu machen, in einer Form lustiger auch zu machen. Allerdings, gerade dass der Film sich ja auch irgendwie darauf fixiert, dass es hier um Figuren geht, die hidden sind, also im Hintergrund agieren, hat mir der Film das nie wirklich fühlbar genug rübergebracht, dass es jetzt wirklich, wirklich einfach eine Scheißsituation ist, dass sie sich auch nicht nur auf diese drei Figuren bezieht, sondern auf ganz, ganz viele andere Menschen natürlich. Und in meinem Verständnis war es tatsächlich auch so, dass es dazu führt, dass dieser Film eben dadurch, dass er eben auch ein bisschen leichtflüssiger ist, eben auch ein bisschen leichter ist insgesamt. Was so dann dafür sorgt, dass man sich diesen Film anschaut und sich denkt, ja schöner Film, aber eben auch nicht mehr. Dazu kommt das jetzt bei Inszenierung und insgesamt auch, also Musik und Kameraführung und all diese Dinge, waren einige ganz schöne Szenen dabei, aber nicht, was total außergewöhnlich gewesen wäre. Die Farben sind sehr schön in dem Film, weil sonst stimme ich dir zu. Es ist ein groß und ganz nebenden Film, dem es eigentlich einer besonderen oder außergewöhnlichen Inszenierung in manchen Situationen mangelt, um eben dieses unglaublich massive Gefühl von Oscar-Feeling zu bekommen. Gut, ich denke dann kommen wir auch zu den Wertungen soweit und mach du doch mal den Anfang. Okay. Also ich finde, vom Grundsatz her ist es ein sehr, sehr interessanter Film, dieses ganze Thema wurde jetzt auch noch nicht so getackt mit der Nase und so weiter. Und er bietet auch Einsicht in ein paar sehr, sehr interessante Themen und Dinge. Allerdings ist der Film, und das ist sowohl positiv wie negativ gemeint, sehr leichtfüßig, sehr, sehr locker leicht. Auf der einen Seite ist das unterhaltsam, macht Spaß, der Film sieht schön aus. Andererseits bleibt aber auch wenig wirklich in Erinnerung und wirklich greifen kann einen der Film dann auch eigentlich so gut wie gar nicht. Die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin sind wirklich sehr, sehr, sehr toll. Das ist so das, was hervorsticht in diesem Film. Sonst bleibt alles so in einem netten Mittelmaß irgendwo. Der Oscar war es, kommt dann wahrscheinlich vom Thema her. Sonst ist es ein Film, für den ich am Ende sechs von zehn Punkten verleihe. Bei mir sieht es so aus, dass ich finde, dieser Film hat einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Tatsächlich. Das sehe ich einfach so. Es ist ein Thema, das man nicht vergessen sollte, das bis heute noch große Aktualität besitzt. Schon allein dadurch, was dieser Filmtitel vor allen Dingen auch anmerkt. Und ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass darauf mehr eingegangen wird tatsächlich. Dass eben auf diesen Hidden Aspekt mehr eingegangen wird. Weil es ist ja schon ein wundersames Stück, dass jeder den ersten Astronaut und den ersten Mann auf dem Mond kennt. Aber, dass wenig Leute wissen, dass farbige Leute da mitgearbeitet haben. Und zwar so essenziell mitgearbeitet haben. Deswegen gebe ich dem Film tatsächlich insgesamt 6,5 Punkte. Ein bisschen besser. Ganz einfach, weil ich das Thema so wichtig finde. Und man hatte Spaß bei dem Film. Ja. Ja. Hat euch dieses Video gefallen? Dann liked uns, subscribed uns doch auch. Und tagt uns auch auf Facebook, Twitter und auf Instagram. In den nächsten Services da haben wir auch mit euch ein bisschen allein unterhalten müssen. Ich bin ein bisschen weg und ich hoffe, ihr schafft es trotz seiner Erkältung. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja. In Februar liegt ja auch ein paar sehr, sehr interessante Filme. Ja, wenn ihr euch Hidden Figures angeschaut habt, dann schreibt uns doch in die Comments, wie ihr ihn fandet. Ja. Und sonst wünschen wir euch auch ein schönes China-Wochenende. Ganz genau. Macht's gut. Bye, bye.